Ich zahle lieber bar, kommt auch an. Mit Karte. Lieber bar. Weil ich dann weiß, wie viel Geld ich ausgebe. Mit Karte vergisst man es oft schnell und gibt zu viel aus. Niemand mit der Karte. Wenn das Ende Monat ist, gerne mit der Karte, ansonsten schon bar. Meistens mit der Kreditkarte. Und du, Maus? Ich auch. Am liebsten benutze ich eigentlich Payball. Womit ich in den 10 Jahren beim Bäcker bezahlen würde, also mit Bar. Mit Kleingeld. Mit meiner App. Es muss schnell gehen. Unbedingt mit meiner App. Ach so, in 10 Jahren. Bargeldlos. Wie oft ich schon hungrig in die Arbeit gegangen bin, weil ich kein Kleingeld dabei hatte. Mit Karte. Ich hoffe, mit Euro. Ich würde es am liebsten mit Kleingeld bezahlen. Ich weiß es nicht. Und du? Diskutiere mit uns und melde dich zum Event Euro 20 Plus an. www.euro20plus.de